Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir schauen einmal durch, ob irgendjemand was Neues ankleiden kann. Ich denke, wir haben zwei neue Gruppenmitglieder jetzt dabei. Ich meine, wir kennen sie schon. Von da mit mir, das ist die Eiko und der Maragov. Und wir einfach nochmal durchklubschen, ob die Guten irgendwas brauchen können. Die Eiko hat eh noch zwei Sachen. Und der gute Maragov. Der, ja, die klinge hier hört sich gut an. Angriff ist auch nicht schlecht. Graviton Faust. Graviton Faust. Aha. Den braucht er noch, den braucht er noch, den braucht er noch, den braucht er noch. Okay. Fein. Gut. Das bedeutet, auf in den Kampf. Weil, warte, kann er wie Intel? Habe ich ihm das schon beigebracht? Also wir eben halt... Na, voll verdrückt. Aber voll verdrückt. So. Haben wir ihm das schon beigebracht. Na, aber Pestizid, Weihrauch, Kindern, Kannibale. Das war, glaube ich, gegen Humanoid. Gut, ne? Kindern war jetzt der... deklariert die HP des Zielobjekts. Ich glaube, nächstes Ziel. Für den Käfer, der da hier und da mal rumsurrt. Ist, glaube ich, gut so. Also, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Also runter, runter, rauf. So. Es geht weiter mit dem Trainieren. Ich habe es ja schon mal befürchtet. Ja, auch heute ist wieder ein... Es wird gelevelt, aber mal schauen, wie schnell wir unterwegs sind. Mahakon hat es leider am schwersten momentan in der Gruppe. Ja, der muss ordentlich da. Okay, jetzt stehe Bitsi. Und hier rufen wir... Madain? Madin? Probieren wir es mal. Wie gut der da hier tut. Nein, das war wahrscheinlich falsch. Oh, oh. Es wird da wahrscheinlich kaputt gehen, weil der hat ordentlich viel Damage der Erkehren. Vagazin. Lachen wieder verdrückt. Voll dem falschen Vagazin verabreicht. Und, Elita? Bleibt daneben. Schaut gut aus. Voll dem falschen verabreicht. Ich bin so ein Profi. Schwuliger. Aber die Klaue schaut ja auch aus, oder? Für dich halt. Ihr Rufen. Ich würde sagen, die fehlen mir hier. Ah, der wird sich heilen jetzt an der Erde, weil er schwebt. Ich bin doof. Nein, der heilt sich gar nicht, weil er sterben wird. So, was ist das? Bitsi. Auf in die Krankenstation mit dir. So. Subi. Probus Amulett. So schnell kann es gehen. Hup, 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 hup. Für Aiko und für Mahagon. Und Mahagon hat auch was gelernt. So schnell geht das. So. Dann werden wir schnell schauen. Ähm, Haarband, ne? Da ist noch was übrig, ne? Ja. Mahagon, aber vielleicht könnte er was Neues gebrauchen. Oh, da geht was. Oh, da geht was. Ja. Oh, da geht was. Naja, vielleicht habe ich aus Versehen wieder was herupgedrückt, das passiert mir nie sonst, aber man soll nicht lügen, ihr habt schon recht. Der eine muss weg, bevor sie den Hinterangriff machen können. Ist er hin? Ja. Jetzt haben wir Ruhe. Jetzt kann man das besser angehen. Ähm, ja. Wow, Aiko. Himmelwürstern. Ich glaube, der sinkt, bevor sie deine Wasch-die-Bit-Sinn hat. Fälle passieren. Oh. Passt. Zeitgleich verreckt. Super, Aiko. Bravo. Apotheker. Vollwunsch. Steinslevel abereicht. Und noch jemand? Noch jemand? Noch jemand? Nein. Gut. Sehr gut. Der Stein ist auch schon bald soweit. Es hat sich anders, wenn man Brot weckt. Ist bald soweit zum Ausnehmen. So, er hat aber schon alles gelernt. Das Martins Schild ist auch schon erledigt. Kann er noch was anderes lernen? Nein. Das heißt, er bekommt ein Kraftgut jetzt wieder. Ähm, und gut. Jetzt warten wir noch, bis er Level 50 hat. Und dann bekommt auch er, also wird auch er, ja, ausgetauscht. Wir benutzen Sikan Vigra von umkanntes Lili-Netz. Boah, das heimt. Öh. Steiner vielleicht noch zweimal? Oh, passt. Das war nicht schon wieder schlecht, ne? Ach, was ist das? Scheimdreck. Wir brauchen doch mal Zelt, bitte. Entschuldigung. Ich bin mir ab und zu nicht sicher, ob es ausgeht oder nicht ausgeht. Und ich bin zu faul zum Rechnen. Ich gebe es eigentlich zu. Ja, ist leider so. Also. Dann rübst du wieder, ne? Keine Manieren. Ich sag's euch. Keine Manieren. Halt. Wir rufen. Marien. Wir greifen an. Und mit Steiner auf. Dann ist wieder Pause. Ich kann sogar den Datenverkaufeln. Jawohl. Woosh. Wenn wir Glück haben, verrechtert, bevor der was anrichten kann. Ja, war klar. Auf Eiko. Hoffentlich bringt ihn jetzt nicht mit Steiner um. Nein, schaut gut aus. Das heißt, Eiko kann gehalten werden. Das ist immer schön. So. Eingriff. Und dann müsste es auch schon passen. Gleichheit zumindest. Jawohl. Sehr gut gemacht, Marco. Und das ist auch eine coole Klinge. Schau mal. Seine Waffe. Die schaut auch cool aus. Die wird sich entsetzt. Ich chill mal herunter. Jetzt ist sie erst da. Ja. Boop, 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 boop. Margot noch Level aberreicht. Und starke 2500 Gills. Und Jahre Steine sind unser. Und so. Na, ich glaub, Fähigkeiten haben's noch nicht erlernt. Dann können wir frisch-fröhlich weitermachen. Und wie ist das Wetter so bei euch? Bei uns scheint heute die Sonne. Eine der wenigen Tage noch, bevor der Winter einbricht. Wo es schön sein wird wahrscheinlich. Wobei man so ein schöner weißer Winter wäre auch nicht schlecht. Zwar für die Autofahrer kacke. Aber für die Kinder wär's schön. Und für die Natur auch. Keine Frage. Wie geht das jetzt? Ist das normal? Ich hoffe. Jawohl. Boop, boop, boop. Ich kann Level aberreicht. Und Sanktus erlernt. Und Zitane hat auch noch Level aberreicht. Super. Der ist bald 60. Alter Schwede. Der gibt Vollgas. Gut. Können wir dir jetzt, meine Hübsche, was Neues anbieten? Was hat sie gelernt? Sanktus. Hier, Heidem. Geht da was Neues? No. Messer, ne? War eigentlich nicht das Seidheim. Das hat so ein Zauberdinger. Ja, das ist schon besser für sie. Dann soll sie das halt behalten. Fertig. Dass da nirgends doch was geht. Keine Waffe, dass wir da nichts mehr haben. Dass kein Gut und nichts geht, das ist schon traurig. Alles gelernt. Wahnsinn. Ja, wir sind halt nur unterwegs. Aber Martin braucht viel. 170 waren das, ne? Fest. Das ist viel. Keine Frage. Das ist ganz viel. Oh, weh. Bau, bau. So. Ah, danke. Ah, danke. Wir rufen. Okay, der geht noch. Okay, keiner gestorben. Okay. Und normaler Angriff. Jetzt kann sie da nicht gewissen. Geräusche der Natur. Das müsste normalerweise werden. Problemlos. Schutz. Aha. Die Hüpfen. Ist das dann auch wie die Levitieren? Das wusste ich nicht. Ja, wer rufen wir denn dann? Nimmert mehr. Ich kann ja nicht mehr. Ich werde nur heilen, glaube ich. Ähm. Nimm mal schreien. Oh, wegziehen. Ich habe jetzt geschaut. Oh, oh. Ich glaube, das ist eine Ziele. Wackziehen. Wackziehen. Bitte stirbt nicht. Wir ein Kombo. Ähm. Zurück. Wer kriegt jetzt? Ah, der Steiner kriegt jetzt das Sauer. Sonst hat keiner was mit Wieren und so. Das ist er. So, wir schreien die Tassen. Jawohl. 9.999. Fix kaputt. Ram, bam, bam, bam. Sehr gut. Buh, 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 buh. Margon und Steiner haben Lever abereicht. Somit ist Steiner jetzt auch Lever 50 und darf auf die Reservebank. Das trifft sich sehr gut. Wir müssen eh sowieso wieder zelten. Da das Mana sich wieder hoch... Dass das Mana wieder vertschüsst hat. Buh, buh, buh. Buh, buh, buh. Buh, buh, buh. Schauen, ob die Gute was Neues anziehen kann. Ein neuer Speer vielleicht. Ja, die Heiligenpike kann man ihr geben. Die macht man noch Damage. Da haben wir was. Wilhelm Tell. Das ist sicher nicht verkehrt. Fäustlinien. Kann sie da irgendwas? Nein. Aber wenn ihr schon wurscht ist, geben wir ihr doch den Eisenhandschuh. Die Rüstung. Da ist was. Bezillin. Auge im Auge. Dann nehmen wir... Nehmen wir das. Und Refleckring braucht es noch. Okay. Dann würde ich sagen, mit dem Pili D. Auf jeden Fall auf Wilhelm Tell. Weil das war ja ein Nahkampfangriff. Also Trefferquote von physischen Angriffen erhöht. Buh. Buh. Bust. Und dann geht es auch schon weiter. Danke Herr Mugri. Oder Frau Mugri. Ja. Das Mugri. Ja. Oh ja. Ich habe mir dann so gedacht, das habe ich euch erst mal erzählt, Let's Play-mäßig. Wir werden bis zum Endgänger mal spielen. Ja. Inklusive Endgänger. Dann ist mal das offizielle Let's Play mal, sage ich mal, vorbei. Also geschichtliche. Das geschichtliche Let's Play vorbei. Und dann dachte ich mir. Das wird dann separat. Also das, wer will, kann es sich gerne anschauen. Wie wir mit Schokobo, mit unserem Schokobo, anfangen, das Dach auszugraben. Ähm, wo ist das? Wow, Eiko! Konntest du nicht etwas, was war denn das? Wiedergeburt und Regena, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, möchte ich dann, ähm, möchte ich dann gerne, ähm, also mit, wie verfehlt, möchte ich dann gerne mit Schokobo diese Schatzkarten ausgraben. Da gibt es noch Fruchtstücke und so weiter. Ich möchte dann zusätzlich, ähm, weitere Label-Ups noch, äh, machen, bis alles um die 90 sind, beziehungsweise 99, die Dach ist dann schon längst 99. Ähm, wir können vielleicht dazu quatschen, ich könnte es vielleicht separat machen, wie es euch lieber ist, ich sag's gleich mal jetzt. Jetzt schon, könntest du gerne die Kommentare schreiben, ich sag's auch nochmal, wenn wir dann beim Endgänger sind. Ähm, ich sollte mal schauen, ob jemand krank ist. Und, ähm, ja, dann werden wir entscheiden. Ja, Margot. Ist klar. Und dann, ich will sagen, Bluaut ist ja hin. Ich soll einfach die Kante halten. Merk ich gerade? Oh, ich hätte Fönix einsetzen können. Ah, da ist ein Gang wiedergegangen. Ist besser so vielleicht. Was kommt jetzt? Dornadenklinge. Das heißt, ein Alku stirbt und Maro. das ist natürlich jetzt bitter. So. Jedenfalls wollte ich euch die Entscheidung lassen, ob wir dann das Nightmare noch ins Play machen, quasi Final Fantasy 9 Special oder so. Ähm, werde das auch immer dazu schreiben. Ähm, Schokobo und, ähm, wenn ich es noch hinkriege, ich glaube nicht, das Mocknet eventuell. und natürlich die vier Welten-Bosse, sage ich euch, die es noch gibt. Und die zu besiegen hemmen, zu leveln und, äh, zu trainieren und level 90, 99 zu erreichen. So halt irgendwie. Ja. Regener, geht das auf alle? Nein. Dann ist besser, das hier, mal auf so. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt, äh, besiegen könnt, oder ob ihr so gewartet habt. Okay, das klappt. Ähm, ja, also so zählt in etwa. Wie gesagt, ich schreibe halt immer dazu. Ähm, was das Special ist, sage ich mal, ähm, als Zusatzbegriff, jetzt will ich zum Beispiel mal Twitch nehmen oder so. Und, äh, ja, damit ihr euch auskennt, und werdet aber trotzdem ins Netz, na super bei den, ach scheiße. Und werdet trotzdem eben so dann ins, in die Playlist, packen, so würde ich sagen. Gescheiß, drin beide, infiziert. Manu, das lief nicht so gut. So. Ich glaube, ich habe einigermaßen rübergebracht, was ich sagen wollte. Jo. Okay, jetzt gebe ich Mana aus. Ist ganz klar. das heißt, ähm, ich hätte gleich ein bisschen wurscht. Wie gesagt, ist eben wurscht. Wursch. Dann sind sie auf jeden Fall gemäse. Selten, bitte. So. so grob, circa in etwa, ist halt mein Schlachtplan. Jo. Wenn es euch überhaupt gar nicht interessiert, schreibt es mir bitte trotzdem ins Kommentar rein, wenn wir geschichtlich, ähm, ziemlich am Ende sind. Ich sage es nochmal genauer an, wann, wann sie, und man könnt es euch jetzt auch schon schreiben, ist wurscht. Ich notiere mir das auf, wenn es euch überhaupt wurscht ist, und nicht interessiert, in die Bosse, die ihr selber entdecken wollt, und nicht mein, Gefähle hier dulden wollt. Ähm, euch auch die Scherzkarten vom Schokobot so komplett scheißegal sind, schreibt es bitte auch rein. Wenn es denn wirklich so ist, und ihr alle einheitlich sagt, na, das interessiert uns nicht, dann mache ich es auch nicht. Dann starte ich dann, nachdem wir den, äh, äh, geschichtlichen Endkurs, geschafft haben, starte ich dann auf der Stelle ein neues Endkurs. Ich weiß ja schon, welches es sein wird. Ähm, welches ich gerne machen möchte. Ich hab's schon mal länger angekündigt. Was nehmen wir denn? Auf jeden Fall, wirklich mich freuen, wenn wir das sehen. Okay. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach mal schreiben, was denn, wie ihr das gerne? Also, wie ihr das gerne? Weiter. Hab möchtet's mit Final. Und hier ist er. Ah, komm, ist er Hammer. Achtet das bloß. Zack, und hin. Und hier. Juhu, huu, huu, Icon Level aberreicht. Icon. Äh, so. Da haben wir einmal Augentröpfelchen, was wir brauchen, für die Fräger. So, Fein. Und dann geht's auch schon weiter. Mana? Okay, mit Icon wird's knapp, aber ich glaube, einmal Marder geht noch. Wie gesagt, mir ist beides rechts. Ich möchte's nur, ich möchte ja, also, ich möchte euch ja unterhalten, ich möchte euch, ja, eine schöne Zeit hier für YouTube bereiten. Und da ist mir wichtig, was eure Meinung ist, was ihr gerne hättet, weil es geht ja hauptsächlich, es geht ja wirklich hauptsächlich und ich möchte es immer um euch eben zuschauen. Immer. Wir machen diesen ganzen, wir machen uns die ganze Arbeit deshalb an, weil wir eben möchten, dass ihr unterhalten werdet. So, der war hoch. Boah, Zitane. Ich glaube, der war gerade sauer. Weggekrittet mit 7000. Gut, tschüss. Und seh, war mir schon weggemerkt. Ich glaube, der gibt's gleich einmal, zweimal und fast ein zweites Mal. Aber zweimal und einmal für Freya und einmal für Margo. Super. Und irgendjemand braucht schon wieder Augentropfen. Kann ich dann bald nach... nachkaufen. Aber es läuft gut. Es läuft sehr gut. Eiko ist schon 45 auch, Margo ist auch schon 44. Das läuft. Ich habe es wieder mal vergessen. Das heißt, die müssen so schnell, wie nur irgend möglich verrecken. Ich habe leider nichts mehr. Ich habe vergessen. Entschuldigung. Ich habe es wieder mal vergessen. Aber sie können keinen Dreierangriff mehr starten. Das ist ja auch schon eine feine Geschichte. Fällt mir gerade ein, irgendjemand kann durch Margo stehen, oder? So. Mal so am Rand. Vakzinschlippist. Und nein. Nein, Eiko. Nicht angreifen. Freue Vakzine setzen. Brauche, Eiko. So. Ist denn sowas eigentlich besser? Ich glaube schon. Schau mal. Schau mal. Drago Megäa. Schau. Mhm. Einen Opal schläfst. Heilen wäre auch nicht schlecht. Ähm. Wir müssen wieder reichen. Frank ist immer, oder? Ich schau noch einmal ganz kurz. Nein. Wunderprächtig. Sehr, sehr gut. Supi. Sie hat einen Level aberreicht. Margo hat Konter erlernt. Das bedeutet, er kann wahrscheinlich etwas Neues ankläuteln. Dann ziehen wir doch etwas Neues an. Einen neuen Fetzen. Ah, das war der Konter. Konter Zauber. Oh, da unten. Schau mal. Da geht alles. Da geht viel. Boah. Voll verschlafen, ich Idiot. So. Da hätten wir immer wieder das. Hier haben wir da was Neues. Nein. Da vielleicht. Nein. Warte. Okay. Hier vielleicht. Ja. Womit fangen wir an? Ich glaube, Felsenfest. Die braucht ein bisschen. Und dann fast. Haben wir auch schon. Habe ich die Freya? Ah, sie braucht. Okay. Gut. Die Aiko. Ist da irgendwas? Die ist, glaube ich... Nein. Da sind wir auch durch. Das ist nur meine Warte. Ein Schild. Gut. Dann geht es weiter. Dann glaube ich, ein, zwei Parts noch. Noch immer. Jetzt ist da noch Queen ausständig, der noch Level 50 werden soll. Und dann werden wir aufbrechen zu Galant. Der charmante Galant. Und Rips. Ja. Super. Super. Und dann. Ähm, ja. Oh, wie das Beste. Almosen. Aha. Okay. Ähm. Ja. Und dann werden wir Galant. Einfach versuchen, mal in den Arsch zu drücken. Was soll ich noch sagen? Wenn es zu wenig ist, wir haben hier super Möglichkeiten zu leveln. Und dann müssen wir das machen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir auf den Sektik. Wir werden heilen. Freya schon mal. Oh, langsam. Ich glaube nicht, dass... Oh. Freya ist kaputt. Super. Ja, die Steine geklaut. Liebe Ico. Und das war ein Schuss. Und natürlich ist er eben. Bravo, Maragon. Du bist schuld. Ich habe die Heilung viel zu spät. Schlecht. Ja. Durchgehabt. Ico. Level abereicht. Vielleicht Maragon auch noch. Wohl. Geht's ja aus. Level 45. Super. So. Dann halt wieder die gute Wiederbeleben. Das lief jetzt nicht so gut. Schade. Engel. Und einmal Vitra. Und einmal das normale Vitra. Ach, ich deb. Warte. Abilities. Maragon hat eh so wenig. Die Dondäubchen. War jetzt fliegend, ne? Ja. Fliegend. Weihrauch. Linten. Kannibale. Na. Fliegend. Also die Dondäubchen. Ich bin mit. Oh. Okay. Das müsste passen. Na. Entschuldigung. So. Einmal noch zurück. Schnell zählen. Söten. Söten. Dann geht's noch ein Kampf aus. Und dann ist Eschmel vorbei. Freunde. Dann werden wir im nächsten Part noch ein bisschen trainieren. Ich bleib da jetzt hart. Es tut mir echt leid. Aber ja. Es muss sein. So. Na los. Komm her. Lass uns nicht schon lange warten. Also ist es auch gut für die Fähigkeiten, die wir da lernen tun. Jo. Schon wieder das. Ich ging jetzt. Solange er noch am Boden ist, will ich's gerne probieren. Ich trau mich jetzt. Okay. Und die Einkohung. Groll der Natur. Hatte ihn gehauen. Sehr gut. Und der Margon hat ihn schön umgebracht. Das ist so lustig. Super. Wupp, 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 wupp. Kommt der Wupp, wupp. Ja. Für Freya. Und Margon hat was gelernt. Super. Bravo. Ich bin zufrieden. Und jetzt können wir... Äh. Entschuldigung. Noch schnell die Augen tropfen. Die machen wir fix noch schnell. So. Passt. Boah, Zitanische bald Level 60. Ein krass. Ist das krass. So. Einmal noch Zelt. Und dann verschwende ich jetzt das Zelt. Das verschwende ich jetzt. Voll Gas. So. Dann sind wir normalerweise fix gesund. Komplett. Also Leben mit meiner. Und wir machen wieder unser Speichern Ritual. Jawohl. Speichern Platz 1 wieder. Und da. Perfekt. Bravo, Leute. Wir haben es geschafft wieder. Ihr habt es überlebt. Überstanden. Die heutige Level-Up-Phase. Oder Part besser gesagt. Na fein, ihr Lieben. Das war es wieder für heute. Im nächsten Part geht es nochmal weiter. Da werden wir noch ein paar Level-Ups uns aneignen. Geht eh recht flott. Gott sei Dank. Dank dem Level-Up-Bonus, den wir als Ability haben. Dasselbe im Grün gilt für die Abilities. Das geht ja auch schon recht gut. Und ja. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.